Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Was das ERP-System für Online-Shop-Betreiber ist, ist Anzeigen-Chef für Kleinanzeigen-Verkäufer. Wie du deine Anzeigen von eBail-Kleinanzeigen, Spock, Markt.de, Gebrauch.de und weiteren ganz einfach in einem Tool verwaltest, das zeigen wir dir in folgendem Video. Falls du uns noch nicht kennst, wir sind eBakery, eine etablierte, ganzheitliche E-Commerce und Online-Marketing-Agentur. Solltest du also auf der Suche nach einem Experten an deiner Seite sein, dann vereinbare auf der oben rechts verlinkten Seite gerne einen Termin mit uns. Doch was genau ist nun Anzeigen-Chef? Anzeigen-Chef ist das Tool zur Verwaltung deiner Kleinanzeigen und das als App direkt auf deinem Mac, PC oder Linux-System. Die Software gibt es bereits seit 2015, wurde seitdem stetig verbessert und erweitert durch die Software Stack GmbH. Mit dieser Software ist es euch möglich, Anzeigen zu inserieren, aktualisieren, zu pausieren, fortzusetzen, zu verlängern oder ganz zu beenden. Darüber hinaus lassen sich eure Anzeigen auch automatisieren, so wie ihr es gerne hättet, dank des Automations-Service von Software Stack. Was sonst alles geboten wird, seht ihr auf der Anzeigen-Chef-Preismodell-Seite. Diese unterscheidet sich übrigens nach gewerblicher und privater Nutzung. Letztere bezahlen lediglich 9,95 monatlich. Bei der gewerblichen Nutzung staffelt sich der Preis je nach Anzahl der aktiven und pausierten Anzeigen. Doch hier ist gerade bei eBay Kleinanzeigen vor sich geboten, da ab 50 Anzeigen in 30 Tagen Schluss ist. Überschreitet ihr die Grenze, ist ein Pro-Konto erforderlich. Wir empfehlen euch darüber hinaus, alle weiteren Hinweise vor der Verwendung selbst durchzulesen. Doch wie könnt ihr Anzeigen-Chef nun nutzen? Dazu müsst ihr die Software auf der Website für euer entsprechendes Betriebssystem herunterladen, installieren und ein passendes Abo buchen. Euch wird dann nach der Prüfung euer Lizenzschlüssel per Mail zugeschickt, womit ihr letztendlich startklar seid. Übrigens kann Anzeigen-Chef auch mit bereits bestehenden ERP-Systemen wie JTL-Wawi verbunden werden. Welche Vorteile euch dadurch entstehen und wie das Ganze funktioniert, erklären euch gerne unsere Experten in einem Beratungsgespräch und setzen das Ganze auch gerne im Anschluss für euch um. Sollte es dazu noch Fragen geben, hinterlasst uns diese gerne in den Kommentaren. Ansonsten lohnt es sich, den eBakery YouTube-Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery Team.